So, willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Eben hatten wir es ja noch vom Schneebellen hier. Ein paar mitnehmen, hm? Ein paar arme Menschen schießen, äh, arme Tiere meine ich. Gucken wir mal rum hier. Damit er jemand töten könnte. Oh, nö. So, egal. Nun mal das Experiment. So, also, gehen wir noch mal um die Kohle, hm? An der Schirre ging das? Ging das noch mal? Kohle, Kohle, Kohle. Ah, das Flint. Genau, so ging das. Äh. Tuk, 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 tuk. So, also. Perfekt. Hier haben wir keine Kohle, Kohle, Kohle mehr. Coca-Cola, Kohle. Also. Hier will ich noch später mal was reinpassen, wo es reinpasst ist, so ein Keller, so. Und hier. Fangen wir mal an. Das ist irgendwie so eine Art Kieselstein. Muss auch passen, dass es eigentlich auf die Rübe fällt. Hm, hm. Ja, schön Eingang, hm. Wollen wir mal eine Treppe ein, tun wir die Steine, äh, die Erde dann ersetzen. Aber das tun wir dann bei gegebener Zeit. Äh, vielleicht sieht man hier oben links, ich hab den nicht gekauft, Version sozusagen. Also, jo. Äh. Muss ganz ehrlich sagen, damit da keiner rumflamet, äh, äh, äh. Äh. Ich seh's nicht ein, für eine Beta zu zahlen. Und wenn das Spiel rauskommt, werd ich's mir dann kaufen. Aber bis jetzt, äh. Was nicht fertig ist, das, dafür bezahl ich nichts eben. Und. Nur, dass da keine komische Gedanken kommt. Dum, 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 dum. Ach und, ähm. Nur so nebenbei, weiß ja nicht, ob das vielleicht irgendwie jemand interessiert oder so. Ich mein einfach, wenn das, hier das Let's Play mal interessant wird oder so. Äh, und, das weiß ich, sich Sachen gebaut haben und es den Leuten gefällt oder so. Und sagen, uh, da würd ich gerne mitmachen oder so. Ich weiß, ich hab ja, kann Microsoft mal aufmachen, wenn's genug Leute gibt, die sich da vielleicht das Video sehen. Wenn dann nicht irgendwie 100.000 Daumen nach unten kommen. Weil sie halt keinen Daumen nach oben haben. Hat ja nicht jeder einen grünen Daumen. Aber, äh. Ich meine einfach. Dass wenn da genügend Interessenten drunter sind, dass ich da sogar mal bereit wäre, den Server offen zu machen. Dass da jeder Hirni ähm, drauf könnte. Um, ja, mitzuspielen halt. Ist ja nicht schlimm, ne? Ah, alles herstellen hier. Ja, natürlich momentan kein Texture Pack, ne? Also, ich will lieber das Original zeigen. Also, das ist mir eigentlich eher wichtig, als wenn die Leute denken, irgendwie sieht das denn aus, irgendwie so das und das. Direction Pack kenne ich's, aber gefällt mir nicht wirklich so sehr. Okay. Machen wir mal ein bisschen Stimmung hier rein. Da hat man nix her. Mal gucken, ich konnte es noch. Das werden wir dann noch mal setzen, zur gehenden Zeit. Pack, 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 pack. So. Ich weiß noch nicht, wie viel Kiesel, Kiesel, Kiesel hier auf mich wartet. Aber wir werden sehen. Eine schöne, bestimmte große Halle. Eine unterirdische Kathedrale. Hö, hö, hö. Ich weiß noch nicht, wie viel Kiesel, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020